Fremde aus fernen Ländern Fremde aus fernen Ländern Langjährige Freunde Ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die Bedrohung Mordors reagieren Ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die Bedrohung Mordors reagieren Mittelerde steht am Rande der Vernichtung Mittelerde steht am Rande der Vernichtung Niemand kann dem entgehen 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 Ihr müsst euch verbünden, oder ihr geht unter Ihr müsst euch verbünden, oder ihr geht unter Jedes Volk ist diesem Schicksal ausgeliefert auf Gedeih und Verderb Hohle den Ring heraus Frodo 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 Der Ring der Bar In einem Traum, in einem Traum. In einem Traum, in einem Traum, in einem Traum, in einem Traum, sah ich den erstlichen Himmel sich verfinstern. Doch stand im Westen noch ein bleiches Licht. Und eine Stimme rief. Und eine Stimme rief, und eine Stimme rief, und eine Stimme rief, und eine Stimme rief. Das Ende steht bevor. Isildurs Fluch ist gefunden. Niemals zuvor hat jemand gewagt Wörter in jener Sprache. Niemals zuvor hat jemand gewagt Wörter in jener Sprache. In dem Ladris auszusprechen. Auszusprechen noch. Bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Elrond. Auszusprechen noch bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Elrond. Denn die schwarze Sprache von Mordor wird vielleicht bald, wird vielleicht bald, wird vielleicht bald, wird vielleicht bald, wird vielleicht bald in allen Winkeln des Westens vernommen werden. In allen Winkeln des Westens vernommen werden. In allen Winkeln des Westens vernommen werden. Der Ring ist Torch und Torch böse. 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 Er ist ein Geschenk. 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 Ein Geschenk an die Widersacher Mordos. 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 Warum sollen wir ihn nicht einsetzen? Warum sollen wir ihn nicht einsetzen? Warum sollen wir ihn nicht einsetzen? Lange hat mein Vater, der Truchs ist von Gondor. Lange hat mein Vater, der Truchs ist von Gondor. Lange hat mein Vater, der Truchs ist von Gondor. Die Mächte von Mordor abgewehrt. Bei dem Blute unseres Volkes. Bei dem Blute unseres Volkes. Eure Länder werden wir zu verteidigen wissen. Gebt Gondor die Mächtige Waffe des Feindes. 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 Lasst sie uns gegen ihn verwenden. Lasst sie uns gegen ihn verwenden. Lasst sie uns gegen ihn verwenden. Du kannst ihn nicht einsetzen. Du kannst ihn nicht einsetzen. Niemand kann das. Niemand kann das. Denn der eine Ring gehorcht nur Sauron allein. Denn der eine Ring gehorcht nur Sauron allein. Er ist es, der ihn beherrscht. Er ist es, der ihn beherrscht. Ein Waldläufer, ein Waldläufer, ein Waldläufer, ein Waldläufer, ein Waldläufer. Versteht nichts von solchen Dingen. Versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Waldläufer. 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 Das ist Aragorn, Arathons Sohn. Das ist Aragorn, Arathons Sohn. Du bist ihm zur Treue verpflichtet. 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 Und er ist der Thronerbe von Gondor. 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 Gondor hat keinen König. Gondor hat keinen König. Gondor braucht keinen König. Gondor braucht keinen König. Aragorn hat Recht. Aragorn hat Recht. Wir dürfen ihn nicht einsetzen. 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 Es gibt nur einen einzigen Weg. 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 Der Ring muss vernichtet werden. 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 Woauf warten wir da noch? 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 Der Ring kann nicht zerstört werden. Gimli Gleunsohn In den Feuern des Schicksalsberges erschaffen. 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 Kann er nur dort vernichtet werden. Kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief nach Mordor hineinbringen. Man muss ihn tief nach Mordor hineinbringen. Man muss ihn tief nach Mordor hineinbringen. und unter die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. und unter die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. und unter die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. und unter die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. und unter die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Einer von euch, einer von euch, einer von euch. Einer von euch, einer von euch, muss das tun. muss das tun. Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. 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 Seine schwarzen Tore Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals. 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 Und das große Auge, 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 ist stets wachsam. Ist stets wachsam. Nichts weiter als karges Ödland. Nichts weiter als karges Ödland. Übersäht mit Feuer. Übersäht mit Feuer. Asche und Stau. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Ist wie giftiger Dampf. Ist wie giftiger Dampf. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Habt ihr nicht gehört, was er Elrond gesagt hat? Habt ihr nicht gehört, was er Elrond gesagt hat? Habt ihr nicht gehört, was er Elrond gesagt hat? Der Ring muss vernichtet werden. Der Ring muss vernichtet werden. Und ihr haltet euch wohl für denen, der das tun soll. Und wenn es uns misslingt, was da? Was geschieht, wenn Sorgen sich zurücknimmt, was ihm gehört? Was geschieht, wenn Sorgen sich zurücknimmt, was ihm gehört? Was geschieht, wenn Sorgen sich zurücknimmt, was ihm gehört? Was geschieht, wenn Sorgen sich zurücknimmt, was ihm gehört? Was geschieht, wenn Sorgen sich zurücknimmt, was ihm gehört? Was geschieht, wenn Sorgen sich zurücknimmt, was ihm gehört? Der will ich sterben, der will ich sterben! Niemand traut deinem Elben! Niemand traut deinem Elben! Niemand traut deinem Elben! Niemand traut deinem Elben! Während wir uns streiten im Zaurons Macht weiter zu! Keiner wirst hier entrinnen! Ihr werdet alle vernichtet! Ich nehme den Ring! Die Menschen haben schon immer gezeigt, dass sie stark sind! Die Menschen haben schon immer gezeigt, dass sie stark sind! Die Menschen haben schon immer gezeigt, dass sie stark sind! Die Menschen haben schon immer gezeigt, dass sie stark sind! Die Menschen haben schon immer gezeigt, dass sie stark sind! Ich bringe den Ring nach Mordor! 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 Obwohl, 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 obwohl. Ich den Weg nicht weiß. Ich werde dir helfen, diese Bilder zu tragen. Ich werde dir helfen, diese Bilder zu tragen. Ich werde dir helfen, diese Bilder zu tragen. Solange sie dir auferlebt sein mag. 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 Sollte ich dich durch mein Leben oder meinen Tod schützen können. Sollte ich dich durch mein Leben oder meinen Tod schützen können. Welches tun? Welches tun? Welches tun? Welches tun? Du hast mein Schwert. Welches tun? Du hast mein Schwert. Du hast mein Schwert. Du hast mein Schwert. und meine Axt. Du bestimmst unser aller Schicksal, kleiner Mann. Und wenn dies dann der Wille des Rates ist, so wird Gondor sich anschließen. So wird Gondor sich anschließen. Damit das klar ist, ohne mich geht Herr Frodo nirgendwo hin. Nein, für wahr. Nein, für wahr. Nein, für wahr. Nein, für wahr. Und wenn er zu einer geheimen Beratung eingeladen ist, selbst wenn er zu einer geheimen Beratung eingeladen ist und du nicht. He, wir kommen auch mit. He, wir kommen auch mit. He, wir kommen auch mit. Oder ihr werdet uns in einen Sack verschnürt heimschicken müssen. Wie dem auch sei, man braucht Leute mit Verstand für diese. Abenteuer. 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 Dann wirst du gewiss nicht ausgewählt, Pip. Neun Gefährden. Neun Gefährden. So sei es. Ihr bildet die Gemeinschaft des Rings. Ihr bildet die Gemeinschaft des Rings. Großartig. 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 Und wo soll's hirngehn? Und wo soll es hingehen?